Guten Tag. Jetzt wird der Auno höflich. Pommes, bitte. Nee, nicht mit dem Ketchup. Oh, Tomatentyp, hm? Stark, was? Tomatenstark. Es sind ja auch 12 Sonnentomaten drin und tolle Gewürze. Woher weißt du das? Weil ich der geborene Ketchup-Experte bin. Kraft Tomatenketchup. Das Ketchup mit den 12 Sonnentomaten. Wissen Sie, wie heiß es im Motor Ihres Wagens werden kann? 295 Grad unter extremen Bedingungen. Nehmen Sie ein konventionelles Motorenöl und nehmen Sie Mobil 1. Mobil 1 kostet zwar etwas mehr, aber wenn man sieht, was mit einem konventionellen Motorenöl passieren kann, lohnt es sich nicht, mit dem Feuer zu spielen. Mobil 1 schützt sicher vor Verschlammung und Verschleiß. Mobil 1. Ihr Motor sollte es Ihnen wert sein. In guten Fachwerk stecken und an Aral-Tank stellen. Sparen muss man. Motor verkaufen. Selfer laufen. So, nochmal. Mattes, du organisierst die Abwehr. Klaus, deine Position. Abgesprochen, linke Seite. Blitti, geh in die Spitze und mach'n Tor. Herget, der Libero. Auf, Liedbarski. Jetzt. Jetzt hat er den Platz. Und Tor. Ein riesen Tor. Zugemacht. Prima war's. Jetzt gebe ich eine Runde. Müller-Milch, Müller-Milch, Müller-Milch nicht schmeckt. Müller-Milch, Müller-Milch direkt was in dir steckt. Die National-Milch von Müller. Das System hat er sich durchgesetzt. Jetzt kommt zum Metapunkt. Die Null steigt hoch. Das ist aber abgefangen, abgefangen. Und jetzt läuft der Konter gleich überhalb links. Das Mittelfeld wird diesmal rasch überbrückt. Ein wunderschöner Doppelpass. Ja, jetzt schieß doch. Jetzt schieß doch. Inoffizieller Nahrungslieferant der deutschen Fußballfans. Und was gibt der Schiedsrichter, meine Damen und Herren? Was gibt der Schiedsrichter? Was machen wir jetzt? Gerne. Fliegen und Mücken sind ein wichtiger Teil der Natur. Aber im Haus können sie uns stören oder sogar gefährlich werden. Das neue Baygon schützt sie vor ungebetenen Gästen. Mit so wenig Wirkstoff wie möglich und so viel Wirkung wie nötig. Baygon von Bayer. Wo gehen wir denn nach? Also sieben Beton, aber wo es nicht regnet. Ach, du nimmst aber viele Zwiebel. Die schmecken doch prima. Naja. Und dein Atem? Genießen Sie deshalb nach dem Essen Doppel-Mint. Mit natürlicher Minze doppelt frisch. So gibt Doppel-Mint natürlich frischen Atem. Doppel-Mint für natürlich frischen Atem. Herkömmliche Gefrierbeutel werden oft spröde. Die Folge winzige Löcher. Gefrierbrand. Gemüse verliert Vitamine ohne dass man es sieht. Nur Melitta Toppets Gefrierbeutel sind aus Polaren und darum extrem kälteelastisch. Der als sicheres Schutz vor Gefrierbrand. So bleiben Vitamine erhalten. Melitta Toppets. Aus dem Toppets. Innen Geschmack. Bist du auch schon mal Gritta? Nein, bloß Gritta Mutter. Einfach ein paar Eier mehr nahmen badische Hausfrauen bei der Zubereitung ihrer ausgemachten Nudeln für festliche Gelegenheiten. Und wenn es den Gästen dann besonders gut schmeckte, sagten sie, das ist die richtige Hochzechnudel. Heute nehmen Hausfrauen Zabler-Hochzeit-Nudeln. Denn Zabler-Hochzeit-Nudeln werden nach gleichem alten Brauch hergestellt. Und so schmecken sie auch. Zabler-Hochzeit-Nudeln machen den Alltag zum Festtag. Unglaubliches über K2R. Gut, dass ich dich endlich erreiche. Das muss ich dir erzählen. Stell dir vor. Meine weiße Lieblingsbluse, völlig verfärbt, kam rosa aus der Wäsche. Und weißt du, wer mir geholfen hat? K2R-Wäsche-Entfärber, der entfärbt problemlos in der Waschmaschine. Unglaublich. K2R, der Spezialist für Reinigung und Pflege. Oh, keine Angst. Der taucht immer wieder auf. Sie wurden zur Mutter des Jahres gewählt. Warum? Ja, weil ich mit dem Moulinex-Automatik-Entsafter endlich jedem von euch Früchtchen seinen Lieblingssaft zaubern kann. Ganz frisch. Moulinex. So einfach geht das. Hm. Moulinex. Moulinex. Schmisch die Wette. Da waren vorher ein Taul und ein Aff, du. Wir Schweizer Küchenchefs verraten Ihnen heute das Geheimrezept für eine perfekte Sauce Hollandaise. Sie brauchen nur eine Schere und Tomille Sauce. So ganz einfach erwärmen und sie zaubern aus Butter, Eigelb und feinen Zutaten eine raffinierte Köstlichkeit. Mh, besser kann eine Sauce Hollandaise nicht schmecken. Tomille Sauce gibt es auch als Sauce Bermes, Péchamel und à la Creme. Tomille Sauce. So delikat nach Schweizer Art. Fruchtig. Spritzig. Sechs Prozent. Chris. Chris ist leicht. Spritzig. Fruchtig. Das ist Frucht mit Temperament. Fruchtig. Spritzig. Sechs Prozent. Chris. Die schönsten Pausen sind lila. Lila Pause all audio. Liebe Fußballfreunde, Milka Lila Pause bringt jetzt zwei neue Regeln ins Spiel. Cappuccino Crisp und weißer Krokant Crisp. Wenn Sie heute bis 21 Uhr anrufen und uns diese beiden Sorten nennen, haben Sie ein von 200 lila Pausebällen gewonnen. Solange der Vorrat reicht. Die schönsten Pausen sind lila. Lila Pause all audio. An dem Neckarstrande knippt man Zattelbande. Serviert апpartITE her. buy Cappuccino substitubt man Zattelbande. queeros betrüstig. Untertitelung des ZDF, 2020